In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man vektorielle Beweise durchführt. Am Anfang werde ich kurz die wichtigsten Grundlagen sowie den Lösungsweg erklären. Anschließend werden wir dann gemeinsam zwei verschiedene Beweise durchführen. Als erstes eine kleine Übersicht über die Hauptprobleme, auf denen sich die meistens vektorielle Beweise beziehen. Es gibt grundsätzlich zwei Hauptprobleme. Einmal die Orthogonalität und dann die Parallelität. Die Orthogonalität wird meistens bewiesen mithilfe des Skalarprodukts, die Parallelität meistens mithilfe der Kollinearität oder auch die sogenannte Vielfalt von Vektoren. Die Lösungsansätze für beide dieser Probleme werden mithilfe von Linearkombinationen gebildet und meistens in Verbindung mit der Länge von Vektoren genutzt. Und diese Mittel können wir dann auch zusammen nutzen, um bei komplexeren Aufgaben entweder Formel zu beweisen oder Verhältnisse zwischen verschiedenen Kantenlängen zu bestimmen. In diesem Tutorial werde ich mich nur auf die zwei Grundprobleme beziehen, also Orthogonalität bzw. Parallelität. Weiterführende Aufgaben dazu findet ihr am Ende im Abspann. Und noch ein kurzer Hinweis, wenn ihr nicht mehr in Erinnerung habt, was Linearkombinationen sind, ein passendes Tutorial dazu findet ihr entweder oben rechts unter dem I-Punkt oder auch am Ende im Abspann. Bevor wir zu den Beispielaufgaben gehen, will ich nochmal kurz unsere Lösungsstrategie erklären. Als erstes wäre natürlich hilfreich, wenn man erkennt, was bewiesen werden muss. Zweitens ist wichtig, die gegebenen Voraussetzungen aufzuschreiben, oder kurz gesagt, was gegeben ist. Übrigens, die Reihenfolge dieser zwei Schritte ist Geschmackssache, ich bevorzuge allerdings diese Reihenfolge. Nummer 3 wäre die vektorielle Vereinfachung der Figur. Dieser Schritt habe ich mit Grau eingeblendet, weil er eigentlich nicht immer erforderlich ist. Manchmal ist die vorgegebene Figur schon vereinfacht. Was damit genau gemeint ist, sehen wir anhand der Beispielaufgaben. Und unser letzter Schritt, Nummer 4. Da folgt der tatsächliche Beweis durch Verwendung der Voraussetzungen mit Hilfe von Linearkombinationen. Die erste Beispielaufgabe bezieht sich auf Orthogonalität. Lesen wir uns mal kurz die Aufgabenstellen durch. Beweise, dass in einem gleichschenklichen Dreieck die Seitenhalbieren der Grundseite und die Grundseite zueinander orthogonal sind. Für den Fall, dass das zu schnell ging, bitte auf Pause drücken und in Ruhe die Aufgabenstellen lesen. Natürlich kann es an dieser Stelle sein, dass die Planfigur schon gegeben ist. Wir wollen uns jetzt allerdings das selbst vorstellen. Deshalb nehme ich einfach mal gleichschenklichen Dreieck. ABC ist ja klar, die Schenkel CA und CB sind gleich lang. Und da steht ja, dass die Seitenhalbierende Grundseite, also in erster Reihe brauchen wir die Grundseite, das ist natürlich diese Kante AB. Und die passende Seitenhalbierende dazu ist natürlich die Strecke von C zur Mitte der Strecke AB. Also trifft AB in Punkt M, das ist der Mittelpunkt. Und anhand der Fragestellung oder der Aufgabenstellung soll bewiesen werden, dass diese zwei Kanten, beziehungsweise diese zwei Vektoren C, M und AB aufeinander orthogonal sind. Anhand dieser Aussage können wir dann auch formulieren, was bewiesen werden muss. Und das ist auch unser erster Schritt. Schritt 2 ist natürlich auch zu werten, was in der Aufgabenstellung eigentlich gegeben ist. In erster Reihe die Tatsache, dass das 3 gleichschenkig ist, bedeutet für uns, dass die Vektoren CA und CB gleiche Länge besitzen. Außerdem wissen wir auch noch, dass M die Mitte der Kante AB ist. Durch die Tatsache, dass CM die Seitenhalbierende ist. Schritt Nummer 3, also die vektorielle Vereinfachung, ist natürlich Geschmackssache, aber empfehlenswert, wenn man die Rechnung ein bisschen schneller und einfacher haben möchte. Also was lohnt es sich hier an dieser Figur zu vereinfachen? Weil wir zu viele Großbuchstaben haben, wäre empfehlenswert hier an dieser Stelle Vektor CA als Kleinvektor A zu bezeichnen und Vektor CB als Kleinvektor B. Also das sind unsere zwei Vereinfachungen. Und jetzt kommen wir zu Schritt Nummer 4, das ist auch unser tatsächlicher Beweis. Um den tatsächlichen Beweis durchzuführen, nutzen wir natürlich den Ansatz, der zu beweisen ist. Das heißt für diese zwei Vektoren hier AB und CM werden wir entsprechende Linearkombinationen aufstellen, die Abhängigkeit von diesen Vektoren Klein-A und Klein-B. Fangen wir mit AB an. Und jetzt schauen wir auf unsere Figur. Also Vektor AB, das würde wir geben von A nach B. Und jetzt bilden wir eine entsprechende Linearkombination. Erstmal nehmen wir den Vektor AC. Der Vektor AC ist dann Minus Klein A. Also Minus Klein A. Und dann Plus Vektor CB, das ist natürlich das Klein B. Damit haben wir schon eine Linearkombination für den Vektor AB. Das gleiche nochmal für CM. Also für CM schreibe ich zuerst das Ganze ein bisschen ausführlicher. Wir gehen von C Richtung M. Und deshalb gehen wir erstmal von C zu A. Das ist Vektor CA. Danach können wir es auch mit Klein-A setzen. Plus Vektor AM. Also AM. Jetzt. CA ist natürlich Klein A. Und AM kennen wir nicht. Aber M ist die Mitte der Kante AB. Deshalb können wir AM auch als 1,5 AB hinschreiben. Und dieser AB-Vektor haben wir bereits hier als Linearkombination an dieser Stelle. Deshalb statt 1,5 AB schreibe ich 1,5 mal Minus A plus Kleinvektor B. Das Ganze kann man dann auch noch ein bisschen vereinfachen. Das heißt, Vektor A erstmal abschreiben, die Klammer auflösen. Wir haben dann Minus 1,5 Vektor A plus 1,5 Vektor B. Und das Ganze noch ein bisschen zusammenfassen hier. Ein Vektor A minus 1,5 sind dann 1,5 Vektor A und plus 1,5 Vektor B. Und jetzt können wir natürlich diese Skalarmultifikation zwischen AM B und CM ausrechnen und zeigen, dass es tatsächlich 0 ergibt. Also, ich schreibe nochmal kurz hin. Vektor AB mal Vektor CM ist gleich. Für AB nehmen wir natürlich den Ausdruck von oben, Minus A plus B. Und für den Vektor CM nehmen wir hier die zusammengefasste Form an dieser Stelle. Da haben wir einfach 1,5 A plus 1,5 Vektor B. Und jetzt lösen wir die Klammer auf und fassen so weit wie möglich zusammen. Minus A mal 1,5 A sind minus 1,5 Vektor A mal Vektor A. Dann minus A mal 1,5 B sind minus 1,5 Vektor A mal Vektor B. Dann B mal 1,5 A sind dann plus 1,5 Vektor B mal Vektor A. Und die letzte Runde, B mal 1,5 B sind dann entsprechend plus 1,5 Vektor B mal Vektor B. Und natürlich wollen wir an dieser Stelle das Ganze noch zusammenfassen bzw. vereinfachen. Deshalb schauen wir uns die Terme hier ganz genau an. In erster Reihe sollte auch auffallen, dass hier minus 1,5 A mal B das gleiche ist wie plus 1,5 B mal A, nur mit negativen Vorzeichen. Aus diesem Grund kürzen sich diese zwei Ausdrücke weg. Und dann haben wir nur noch die anderen zwei. Da steht bei jedem Ausdruck hier Vektor A mal Vektor A und hier Vektor B mal Vektor B. Zur Erinnerung, es gab eine Formel, der den Zusammenhang zwischen Skalarprodukt und die Länge eines Vektors ausdrückte, wie hier rechts abgebildet. Und das bedeutet übersetzt, wenn ein Vektor mit sich selbst multipliziert wird, dann kommt als Ergebnis die Länge des Vektors ins Quadrat. Und das nutzen wir auch hier. Also wir sagen dann einfach an dieser Stelle, wir haben dann minus 1,5 Länge von Vektor A ins Quadrat. Und plus 1,5, und das gleiche können wir auch für den Vektor B schreiben, Länge von Vektor B ins Quadrat. Und das bringt uns eine ganze Menge, weil die Länge von Vektor CA und CB gleich sind. Und das sind ja unsere Vektoren klein a und klein b. Aus diesem Grund bedeutet, dass wir hier wieder die gleichen Werte haben, nur einmal mit Minus, einmal mit Plus. Also zusammengefasst ergibt das 0. Das ist genau das, was bewiesen werden musste. Beim zweiten Beispiel werden wir natürlich einen Parallelitätsbeweis durchführen. Zu der Aufgabenstellung. Im Dreieck ABC sind die Punkte S und T doppelt so weit von C entfernt wie von A bzw. B. Beweise, die Kante ST ist parallel zu der Kante AB. Okay, versuchen wir uns das vorzustellen. Wir haben ein Dreieck ABC. Jetzt S und T sind doppelt so weit von 10 Pferd wie von A und B. Man kann sich das Ganze auch so grob vorstellen. Hier sind S und hier ist T. Und diese Kanten ST und bzw. AB, hier mit Rho dargestellt, sollten parallel sein. Diese Aussage liefert uns natürlich das, was bewiesen werden muss. Und zwar, die Parallelität zweier Vektoren wird in der Vektorgeometrie mittels Kolinealität ausgedrückt oder Vielfachheit. Also, was hier steht, ist dann, der Vektor ST ist gleich K mal der Vektor AB. Wobei K dieser Vielfachheitsfaktor ist. Natürlich hätten wir das auch andersrum schreiben können. Vektor AB ist gleich K mal ST. Das macht keinen Unterschied. Okay, dann zu den Sachen, die gegeben sind. Also, in erster Reihe wissen wir, dass diese Punkte S und T doppelt so weit von C als von A bzw. B entfernt sind. Das können wir vektormäßig auch so ausdrücken. Also, wenn ihr auf die Kante CA schaut, dann könnt ihr sagen, der Vektor CS ist zwei Drittel vom Vektor CA. Und auf der Kante BC das gleiche mit CT ist zwei Drittel vom Vektor CB. Bei der vektoriellen Vereinfachung wäre es sinnvoll, wenn wir in unserer Figur den Vektor CA mit Vektor klein a setzen und entsprechen Vektor CB mit Vektor klein b. Also, das wäre dann unsere Vereinfachung. Punkt 4, da kommen wir zum tatsächlichen Beweis. Und genauso wie bei der Aufgabe davor wäre ich hier sinnvoll, wenn wir diese zwei Vektoren ST und AB zuerst als Linearkombination schreiben. Und das mache ich jetzt auch. Ich fange erstmal an mit dem Vektor AB. Ist ein bisschen leichter vielleicht. Also, wir starten hier in Punkt A und möchten praktisch eine Linearkombination für diesen Vektor AB aufstellen. Das heißt, wir gehen erstmal von A zu C. Das ist natürlich Minus Vektor A, also klein a. Und dann von C zu B. Das ist dann einfach Vektor klein b. Ich denke mir, das ist leicht nachzuvollziehen. Bei dem Vektor ST ist das Ganze ein bisschen umständlicher. Deshalb schreibe ich das auch zuerst ausführlich hin. Also, an unserer Figur möchten wir hier von S nach T und am einfachsten ist, wenn wir über diesen Punkt C gehen. Entsprechend haben wir zuerst diesen Vektor SC. Also, ST ist gleich SC. Und dann anschließend von C nach T mit dem Vektor CT. Und natürlich ist jetzt unser Ziel, diese zwei Vektoren in Abhängigkeit von klein a und klein b auszudrücken. SC ist nichts anderes als Minus zwei Drittel vom Vektor A. Und CT ist dann entsprechend zwei Drittel klein Vektor B. Gut. Und jetzt bilden wir unser Lösungsansatz sozusagen. Wir sagen dann, ich schreibe nochmal kurz ab von oben, Vektor ST soll gleich K mal Vektor AB sein. Für ST und AB setzen wir jetzt die zwei Linearkombinationen ein. Also, ST war minus zwei Drittel mal klein Vektor A plus zwei Drittel mal klein Vektor B. Soll das gleiche sein wie K mal Klammer auf statt AB minus klein Vektor A plus klein Vektor B. So, bei dieser Rechnung geht es eigentlich nur darum, nachzuweisen, dass es für diese K tatsächlich eine reelle Zahl gibt, sodass diese Gleichung erfüllt ist. Okay, also, letztendlich müssen wir am Ende sozusagen nach K umformen. Das kriegen wir wie folgt hin. Auf der linken Seite sollte euch wahrscheinlich auffallen, dass beide diese Terme diese zwei Drittel beinhalten. Aus diesem Grund klammern wir diesen zwei Drittel aus. Und dann bleibt ja nur noch übrig, minus klein Vektor A plus klein Vektor B in Klammer ist das gleiche wie K mal minus A plus B. Und spätestens jetzt sollte euch auffallen, dass auf beiden Seiten die gleiche Klammer steht. Damit, das wird theoretisch, können wir durch diese Klammer teilen, minus A plus B. Und dann steht nur noch da, zwei Drittel ist gleich K. Und damit haben wir es eigentlich bewiesen. Für K kam jetzt eine reelle Zahl raus, zwei Drittel. Und damit haben wir jetzt die Kollinearität der Vektoren ST und AB bewiesen. Und dadurch auch die Tatsache, dass die Kanten ST und AB parallel sind. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Natürlich kann auch dieses Thema vertieft bzw. ein bisschen unangenehmer werden. Bei vielen vektoriellen Beweisen geht es darum, Formeln zu beweisen oder Verhältnisse zwischen verschiedenen Kantenlängen zu bestimmen. Dafür braucht ihr natürlich wieder diese Grundlagen, die wir bereits angesprochen haben, Linearkombination, Skalarprodukt und Länge eines Vektors. Wenn Bedarf, Tutorials zu dieser Themen, noch viele andere Themen als der Vektorgeometrie sowie weitere Beispielaufgaben zu vektoriellen Beweise findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht. Ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kosten nichts. Ein Like, ein Like, einen Friendspunkt, Staatsanwր Und Feках究issa und wird in der Vektorhlinie weiter dringend etwas gehalten. Ich versuche diesen Hue, mit denen ich mit Bes 라고 children habe. Ich versuche diesen Übertrag, jetzt müssen wir noch total beraters auf Nele ein paar Mal in den anderen Spinner. Wenn versuche PCI-Iche klauen kann, wir etwas unterlieben, werden wir in diesem Aufopath mit Besuch Ochso CVS achilen.